Was wir vergessen haben, ist natürlich die Brühe zum Ablöschen des Bratens. Tut uns leid, wir holen es jetzt nach. Wir hätten jetzt zur Auswahl entweder klare Delikatesse Brühe oder klare Gemüsebrühe. Jan, was schlägst du vor? Gemüse oder klare? Ich würde Gemüse nehmen. Da ist ein Liter, also ein Maß. Machen wir, ja ich sage mal, eins, zwei, dreieinhalb. Dreieinhalb muss rein auf einen Liter. Das Wasser kocht gerade. Damit werde ich jetzt das Fleisch euch mal zeigen. Ey, hier brauchen wir keine Brühe mehr. Das ist ja genug Flüssigkeit. Wir sind doch jetzt nicht schlüssig gegen der Brühe. Ja, schlage ich vor, ich hole nochmal einen anderen Chefkoch. Wartet mal. Ey, wir kochen einen Chefkoch. Schnell. Schnell. Also, wir haben jetzt hier einen Chefkoch. Wir haben viel vergessen zum Ablöschen. Nun haben wir festgestellt, dass hier aber genügend Flüssigkeit drin ist. Hier eventuell auch. Müssen wir trotzdem Brühe drauf machen? Nein, also ich würde sagen, eine große Bewegung, das Ganze, was wir gerade eben schon fabriziert haben. Eigentlich vom Feinsten. Umdrehen dann irgendwann mal, oder? Frühendes Licht, ja. Frühendes Licht. Umdrehen. Drehen, drehen. Ich weiß nicht, wann oder... Also, vom Zustand her, wir haben eine Wärme, die rundherum wirkt. Und daher würde ich sagen, ist Drehen unablässig. Braucht man nicht. Auf keinen Fall. Alles erstmal klar. Wir warten noch eine Weile. Und die Brühe ist fertig. Ey, was machen wir jetzt mit der Brühe? Das ist gut. Das kannst du natürlich noch dazu schütten. Macht ja ein bisschen Schimmer, oder? Kannst du ja ein bisschen was dazu geben. So. Genau. Aber das ist sehr stark. Aber das ist sehr stark. Das ist schwächer. Jetzt eine Brühe hinzugeben. Zum Ablöschen der Brühe gar nicht. Das ist schon arm. Aber nur ein bisschen. So. Aber es geht um den Geschmack. Nicht ums Löschen. Genau. Wir werden jetzt die Soße machen. Und dazu werden wir erstmal den Bratensaft der Rouladen in diesen externen Topf einfüllen. So. Ach hier, halte mal. Ich mach das. Warte mal, warte mal. Wir müssen was bedacht machen. Wir müssen erstmal überlegen. Hier muss jetzt so der Bratenhut rein. Da kommt Wasser rein. Und dann das Zeug. Wo ist die Kette? Ich hab jetzt die Bratensoße aus einem Topf. Warte, ich soll sie verwenden. Ey, die sind doch noch lange nicht fertig. Wir hatten die angebraten. Ja, erstmal wenden. Wir hatten die angebraten. Wo ist der Topflappen? Scheiße angebraten. Topflappen. Ist doch nie angebraten. Ja. Krass da aus. Wir hatten die angebraten. André um. Wie macht die heute? So, jetzt weiter. Ich glaube, wir brauchen auch keine Soße machen. Das meinte ich ja. Ich würde am liebsten Soße da. Ne, ein bisschen süßiger muss sie werden. Aua! Das heißt, wir müssen ein bisschen strecken mit Soßenbinder rein. Bratensaft. Aber wozu? Das ist doch breit, die Fresse. So, Jan wird jetzt erst mal die ungestreckte Soße kosten. So wie Schuh auch. Er wird sagen, es ist ein bisschen wässrig. Schmeckt aber schon sehr. Aber gehört noch ein bisschen Wurz rein. Ja, warte, deswegen die Bratensauce, genau. Kannst du ja gerne. So. Dann probier ich ja mal. So, wie sie war, würde mir nie schon gelten. Aber ich bin ja leicht zufrieden. So, Soßenbinder rein. Nein, noch nicht. Ich darf es mal aufkochen lassen. Halte mal, ich will Oma kosten. Ja, jetzt ist es schon versaut. Wie lange, es muss ein bisschen Winder, das ist im Westen. Äh, im Osten. Da fehlt was. Hm. Und Hohenkraut. Hohenkraut, genau. Und Wasser. Da hättest du überhaupt machen können. Echt? Ist da zu? Und Hohenkraut. Oh, Leila. Ich bin ja gebraucht. Pfeu. Dann kriegen wir Salzgeschmack nicht raus. Koste mal. Hast du irgendwo gemützt? Frau Kümmer sich. Bäh. Fatsch. Ja. Warte mal, bitte. Ist doch salziger geworden. Ja, das ist ja Kühlsalz. Ich bin doch salziger geworden als vorher. Was hast du da jetzt reingemacht? Und los. Spiel dich mal bloß nicht so auf hier, ey. So, hier. Du bist nur so angeschwinkt, ja. Äh, ich hab Fieber, Alter. Ohne Scheiße, ist ja gut wie Fieber. So, dreht ihr los. Jetzt kannst du alles los ein bisschen reinhauen. Auf die Folie, film mal her. Hat die Rote auf jemanden gemacht. Ich sollte es drüben machen, sorry. Du solltest? Wegen trocken werden, ja. Ich hab das oder nicht. Ich hab das oder nicht. Ich hab das oder nicht. Ähm, äh, Ronny. Stell mal bitte den Topf hoch, bitte. Warum? Mach einfach. Wir sind doch mal kocht, oder? Da passiert schon nichts. Okay. Willst du wegen dem Glas, oder wie? Nee, nicht so, aber macht man. Okay. Mach mir keiner. So, die haben wir von Ola raus. Ja, deswegen. Ja, deswegen. Wollen wir die Folie wieder, die machen wir mit dem Kopf, den Carola. Ja, sieht gut aus. Optik und so. Das, das Auge, das Auge ist mit. Ist das mit? Ja, nun sind wir fertig mit HAKAS 26. Die Rouladen da drinne sind, glaub ich, durch. Ähm. Ähm. Wir haben noch 5 Minuten, maximal. 5 Minuten. Ey, 5 Minuten. Reicht es? Fertig. Wir haben nur noch Ophiheben und so. So, okay, also. Der Schuh rührt immer noch. Denk flieh mal ein bisschen anders. So, die Kartoffeln sind fertig. Das Rotkraut ist fertig. Wir warten nur noch auf Schuhe. Ey, ey, ey. Das ist ja mehr Rotkraut als Kartoffeln. Oh, und so ist überhaupt. Ja, also. Dann ran. Dann ran damit für den Fleisch, würd ich sagen, oder? Okay. Gib ihm nochmal einen Lappen. Echt, Lappen musst du dir nicht halt lassen, ja. Mhhhhh. Übersteck, ne? Mhhhhh. Mhhhhh. Jetzt hier, wo ist die Kelle? So ist noch mal drüber. Aus Trocknen hältst du dich. Ach so. Ja, wo willst du denn das hinstellen? Wo drüber? Ach so, quer. Machst du drauf, ja? Da waren die um 6,5 Minuten da draußen, wirst du? Ohhhh. Ich hab mal... Ey, 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 ey. Ey, dann kriegst das was übrig bleibt. Ey, ich kann hier nichts mehr hinstellen. Ja, ja, auf die Waschmaschine. Okay, okay. So, ne, die ist übrig. Das ist ja, oder? Ja, die darf ich mitnehmen, oder? Dann brauchen wir die wieder rein. Darf ich die mitnehmen? Ne, die ist eigentlich für Jahns Freundin versprochen. Echt? Kümmer dich, gucke mal. Echt jetzt, oder rollt er mich? Nee, die war für links nach und so. Wie hieß der? Nicole. Nicole, genau. Die Rouladen liegen auf dem Teller drauf. Jetzt kommen die Kartoffeln. Die Soße noch nicht. Erstmal die Kartoffeln. Die wurden angedickt. So. Jan? Teil auf. Jan, Teil auf. Jan, Teil auf. Ja, die Kartoffeln. Jeden zwei Stämmel, glaube ich, mit Jan. Das war noch nicht alles. Ey, mein Kumpel. Wie sauer. Guck mal hier, ey, guck mal, das ist sogar hier noch feucht. Okay, jetzt sehen wir uns gleich nochmal zur Verabschiedung. Wir verabschieden uns von HAKAS am 10.10.10. Jubiläum, Jubiläum. HAKAS 26. Und wir präsentieren euch heute nochmal die Rouladen aller Talca-Jafo-See-Rollenschuh-Art. Die Rouladen, Alter. So, okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Wollen wir nochmal gucken, wie sie aussehen. Saftig. Hier sind sie nochmal. Und kalt. So. Ja, kalt. Kalt sind sie auch. Ey, los, Soße drauf. So, Soße drauf. Wir warten auf dich. Wir warten auf dich. Ey, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Hier. Boah, Alter. Puh.